Dieses Erklärvideo behandelt das Thema Feedback nach der Theorie von Hattie und Timperly. In den nächsten Minuten beschäftigen wir uns mit den Fragen, was ist Feedback, wie funktioniert es und welche Typen von Feedback gibt es. Feedback ist eine zielgerichtete Information, die ein Akteur vermittelt. Sie bezieht sich auf Aspekte der Leistung oder des Verständnisses. Feedback ist immer an eine Aktivität gekoppelt und somit eine Folge der Leistung. Viele alltägliche Reaktionen von Lehrpersonen auf Aktivitäten der Lernenden sind eigentlich kein Feedback. Hattie und Timperly bezeichnen eine Interaktion nicht als Feedback, wenn sie nicht auf den Lernprozess gerichtet ist, wenn sie keine sichtbaren Informationen über das Lernen enthält und wenn sie nicht einer Leistungsverbesserung dient. Feedback gehört zu den zehn einflussreichsten Aspekten auf die Lernleistung und ist somit extrem wichtig für den Schulalltag. Wirkungsvolles Feedback muss nach Hattie und Timperly folgende drei Fragen beantworten. Feed-up beantwortet, wohin gehe ich? Ein Beispiel dazu wären Lernziele, die dem Lernen eine Richtung geben. Feedback beantwortet, wie komme ich voran? Hier ist die Rückmeldung zum aktuellen Fortschritt gemeint. Und zuletzt Feed-forward beantwortet, wo gehe ich als nächstes hin? Kurz gesagt, wozu mich das neue Gelernte befähigt? Neben diesen drei zu beantwortenden Fragen gibt es vier verschiedene Ebenen, welche gleichzeitig Feedback-Typen repräsentieren. Aufgabenbezogenes Feedback bezieht sich auf Richtigkeit, Ordentlichkeit, Verhalten und andere Kriterien der Aufgabenbewältigung. Es wird auch als korrigierendes Feedback bezeichnet. Bei prozessorientiertem Feedback geht es um Bearbeitungsweisen, Lern- und Arbeitsstrategien während eines Prozesses. Feedback zur Selbstregulation bewegt sich auf der metakognitiven Ebene. Die Schülerinnen und Schüler lernen dadurch, eigene Lernprozesse zu beobachten, einzuschätzen und zu verbessern. Feedback auf persönlicher Ebene umfasst Rückmeldungen, die auf die Person fokussiert sind. Diese Ebene weist den geringsten Effekt auf Lernleistungen auf. Nun kennst du das Wichtigste über Feedback nach Hattie und Timperle und kannst dies hoffentlich auf deine Unterrichtstätigkeit übertragen. Das Wichtigste über Feedback